Wenn man einen Rudelfick im Kindergarten wanschaltet, dann gibt's durch die mega engen Fotzen und Arschlöcher der Kleinkinder natürlich ne richtig schöne, blutige Sauerei. Pädophiler Rap-Analysen diagnostizieren da. Nicht nur dieser Gio ist ein pädophiler Kinderficker. Weil er behindert ist und Kinderfick, dieser Hurensohn. Du Pädowillst doch nur minderjährige Weiber aufreißen. Denn du bleibst untertrieben, unbeliebt die Pädophilie. Dass wir deine zehnjährige Schwester ficken, für ein Bierchen macht uns lange nichts. Brüder, weil dein Vater pädophil und du sein kleiner Liebling bist. Denn du pädophiler Vegetarier, vergreifst dir gerne miserjährigen und nette Junges gefüße. Ich lass dir auch BBS, Holler, Penus und ekliger Legastheniker. Pädophile Hurensohne, niederlicher Haufen, wirst du dieser Bruder von Kinderfickenden Nazi bleiben. Damit du die Kinder auf die Pädophile weiter wieder mal in deinem Ball ziehst, aber nicht davonkommst. Doch der wahre Grund, weswegen Gio eine kleine Tochter hat, jetzt hat er jeden Tag ein Loch parat. Und das ist wohl der Grund dafür, dass du die kleinen Mädchen belästigst. Belästig, ist er Pädophilin oder einen Pädophilin. Bezeichnet mich als Rechen oder Pädon. Edati, wäre sicher neidisch bei dem, was du auf deinem Rechner drauf hast. Nach dem Battle zeigt mich Schulz an, wegen Kindes mit Samu...